So, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu The Walking Dead Michonne. Das Spiel, das der liebe Marco vor circa zehn Jahren dieser Community geschenkt hat. Und es gab mal Aufnahmen dazu von vor zehn Jahren. Aber ich war nie so wirklich zufrieden damit und ich hab's sein gelassen. Und kurz mal so für euch, ich hab tatsächlich das dann auch gekosplayt. Ich hab mir extra so eine Weste auch geholt und so ein Fake-Katana. Und wollte dann so richtig, ich wollte dann im Cosplay die Let's Plays machen. Ich hab die Sachen alle nicht mehr. Deshalb, ja, schade, schade, aber so ist es nun. Genau, ich weiß nicht, wie weit ich letztes Mal gespielt hab. Vielleicht werde ich noch einzelne Sachen erinnern, aber ich glaub eher nicht, weil das jetzt einfach so lange her ist. Heute nur ein normaler Pulli. Heute wird nur ein normaler Pulli getragen, richtig? So, und hallo, Sapsi. Wir fangen mal, schaut mal, hier. Da bin ich nämlich, wir wollen mit Folge 1 nochmal beginnen. Folge 1 neu starten, legen wir los. Ja, einmal bitte, genau. Da seht ihr, ich hab's schon mal gespielt. Ich left so many people that I loved behind. So many people that I can hardly remember them all. But there are two. Just two that I can never forget. I thought I was done with them. But they're not done with me. Oh, Mann. Also hat sie ihre Kinder wohl verloren während der Apokalypse, was sie noch immer nicht verarbeitet hat. Weiß ich zum Beispiel alles gar nicht mehr. Es ist gerade wirklich gefühlt alles komplett neu für mich. Oh, Mann. Oh, 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 oh. Oh, Quicktime-Events, die werden böse. Das sehe ich schon kommen. Oh, 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 oh. 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 Boah, die ist echt krass. Wobei ich sie jetzt aus der TV-Serie schon als ziemlich bad erst in Erinnerung hatte. Jetzt frage ich mich nur, woher sie diese Kampf-Skills von Anfang an jetzt schon hatte, falls das jetzt wirklich so damals war. Meine Güte. Der lebt immer noch. Ja, wobei gut, ne? Der Kopf muss ab. Oh, wie heftig. Oh, wie ist das? 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 Darf ich mir auch was anderes aussuchen? Nee? Nee? Okay. Nee, das passt auch nicht zu ihr. Oh, wie ist das? Das passt nicht zu ihr. Oh, wie ist das? 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 Oh, den muss ich mir direkt nochmal abspeichern auf Spotify. Geil! 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 Mama? 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 Go ahead! Ah! Oh! Ah, ah! Fuck! Can't sleep anyway. Was? Rashid, komm in. Over. Vanessa, you there? Goddammit. Hey, Pete. Michonne, what are you doing now? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up, okay? I worry about you. You're not the easiest to read. It's hard to tell how you're really doing. Oh, great. Hang in there. This stuff you're dealing with, it's not gonna go away overnight. Just please tell me, if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Coping. Oh. Walk. Get down here, Michonne's taking your shift. Two minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. It's not like those guys to be in contact for this long. We trade every time I come through, same spot. Everything's just... gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored, right on the dock. Vanessa! Rashid! Come in! They might have moved on. Left the area. Not without telling us. They've left a message behind or something. They wouldn't just disappear. Or they couldn't... They couldn't... They could pass by again on our way back. Listen. You hear it? You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? I don't hear anything, Pete. She's there. I just gotta find the right frequency. Hey. Michonne? Ah. Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I wanna know why. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Hello? Oh, there's really a voice. Yeah, okay. Oh, Pete. Didn't sound like Vanessa. But it's someone. She might know what happened here. No, damn it. We're losing the signal. Look. If we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. Yeah, that's right. Yeah. This is a difficult dilemma. How much... I mean it. I can't save them all. And what have I felt that way back when I met you? That's right. Yeah, okay. You should understand why I'm doing this. None of the others do. Not Berto, not Sadiq. Especially not fucking Oak. But you, you know there are people worth saving. Yeah, aber das ist halt echt schwierig. Und hallo an alle Neue dazugekommenen. Ich finde das halt irgendwie echt schwierig, gerade in so einer Situation moralischen Kompass beizubehalten. Ich meine, was willst du machen so? Wisst ihr? Welchen soll ich denn drehen? Raussperre drehen? Ja. Willst du den? Achso, ist das das schon? Oh, okay. Witzel machen. Alles niedermützeln. Ich weiß es nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. You want to find more people. You're forgetting what people are like. Hm. Hm. What is she doing? Shit. What the fuck? Oh bloody hell. Who's that? Can't see a damn thing. Everyone okay? Berto. Sadiq. You guys better get up here. You guys better get up here. Where do we hit? Telefinal. I can't see a damn thing. Berto. Hold the wheels steady. Take in those cells now. Take in those cells now. Oh. Sadiq. Get down. Get down. Get down. Are you alright? Are you alright? Ah, nur ein bisschen gebonged. Ah, nur ein bisschen gebonged. Jesus. Oh, get the jib under control. Damn shortwave. You just had to take us in close. Right into a fucking rock. Hey, I've been sailing these waters for years. There aren't any rocks here. Well then what the hell was that? Something else. You said it yourself. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone. And whatever scared them off is going to find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. Stop. We need to free the boat. That's our priority. She's right. All this talk isn't doing anything to get us out of here. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak. Sadiq. Get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Go on. Michonne. What exactly did she say? She said mobjack. I couldn't make out more than that. Okay. Just. See if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. We just need to get ourselves moving again. For all our sakes. Okay. Das ist ja machbar. Fernverglasser werden um die Fernsehungssteuerrad untersuchen. Ja. Also ich find's halt, dass unserer... Ich find's halt aus unserer jetzigen Perspektive halt sehr leicht zu sagen, ja, ich würde dieses und jenes machen. Gleichzeitig würde ich... Ich hab keine Ahnung, was ich machen würde in der Situation. Ob ich eher gucken würde, dass ich mich mit anderen Menschen verbünde, weil wir Menschen mit anderen Menschen, weil wir einfach, ne, andere Menschen brauchen. So. Über die Kante sehen. Ähm... Ich weiß nicht. Ich glaub... Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich alleine klarkäme, so einer wie... Ich hab seinen Namen vergessen aus der Walking... Aus der The Last of Us Serie. Ne, also wenn ich so richtig autark leben könnte... Ich glaub, ich hätte zu große Angst vor anderen Menschen und würde dann tatsächlich, ähm... Mich einfach um mich alleine kümmern. Das ist das... Was ist das denn hier? Das ist... Achso, das ist... Aha. Aha. Okay. Okay. Nee, aber ich glaub, egal, was wir jetzt machen würden, es wird wahrscheinlich nicht dementsprechend, was wir tatsächlich machen würden. Weil einfach in Extremsituationen einfach... Ist vielleicht am Himmel was? Ähm... Wahrscheinlich noch was anderes machen würden. Hallo, Liu und Worik. Wir haben gerade erst angefangen. Ähm... Grundsätzlich... Also, ich würd vermuten, ich wär eher so der misstrauische Typ von Mensch. Und wär, glaub ich, eher paranoid und würde eher, ähm... Sagen, nee, ich, 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 ich will niemanden irgendwie in meine Nähe lassen. Ihr könnt ja gern mal in den Chat schreiben, was ihr machen würdet. Ob ihr eher so auf Company auswehrt oder lieber so... Eher so der Loner. Das ist gebrochen. Musst du schweißen. Gucken, was wir so reden können. Hm, okay. Schlafgemeinschaft, klar. Ja, vorsichtig. Ja, das ist halt das Ding. Grundsätzlich brauchst du andere, ne? Wär wohl auf Company aus. Kann ich hier auch noch? Hier kann ich auch mit der Taschenlampe hin. Okay, mhm. Ich würd schon auf Gemeinschaft gehen, aber das ist ja immer so einfach... Vorsichtig, mhm. Was ist denn? Ich hab das gar nicht erkennen können. Ist das ein anderes Wrack gewesen? H bisschen. Na also, nicht ist das Rashid's Boot. Und. Moh, Mateus. Willst du keinen anderen auf die Boot? Ich will nicht νerschönen wie das. đau. Entschuldigung. Ich habe einfach gesehen, viel aussch suicide zusammen. Ich habe einfach... Ich habe nicht gesehen, wie es hier fallen, weißt. Ich habe gesehen, dass es hier besser ist wie besonders hier geschlagen. Das ist aber jetzt was anderes. Das... Das wollte ich nicht sagen. Oh, sorry. So wollte ich... Das habe ich da gar nicht rausgelesen aus der Antwort. Wenn noch vorhandene Menschen zusammen schließlich ich kenne und nicht vertrage. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt jemanden schon von vom vorherigen Leben kannte, dann würde ich mich natürlich mit denen zusammenschließen. Klar. Ich sage nicht, dass ich mir überhaupt das lange antun, weder allein noch mit anderen. Das war mein Einzack Reis. Kann ich noch mal mit ihm sprechen? Es tut mir voll leid. Ich wollte dich nicht anpacken. Wem guckst du an? Ja, okay. Dann mit Segeln helfen. Wir müssen den Wind aus dem Seil stecken. Ich stehe an, was ich gesagt habe. Pete ist nicht so gut genug. Er ist nur ein Optimist. Du nimmst es, was du möchtest. Aber wir sollten nicht versuchen, Menschen zu finden. Wir sollten uns von ihnen bleiben. Wir sollten die Hölle weg von ihnen bleiben. Schau, wo wir sind. Klar. Und so eine Extremsituation. Oh, das wäre ja... Das wäre natürlich krass. Du wirst halt in so einer Stresssituation super paranoid. Und jedes kleine Problemchen ist halt purer Stress, weil eh schon die Nerven so blank liegen. Und hallo, Talxess. Willkommen. Die Junkies würde ich aufnehmen. Ja, klar. Das ist dann halt die Frage, wer da noch über ist. Aber ich glaube, wenn jetzt niemand... Hoffentlich. Also, wenn es jetzt nur um Menschen ginge, die ich jetzt aus meinem jetzigen Leben hätte, oder die dann halt nicht mehr da wären, dann... Puh. Oh, ja, würde ich mir schwer tun. Ich finde, das ist von Natur aus kein geselliges Wesen. Natürlich die Größe eines Hexens ist eins. Oh, sehr schön. Was ist denn hier los? Das sieht gerissen aus. Ja. Ja. Und nu? Bringt ja auch nichts. Wollen wir unser Fernglas verwenden. Gucken wir mal. Ich kann hier auch nicht rein so... Ah, das macht sie gerade von alleine. Was ist das denn? Das ist so ein... Großes Ding. Gute Nacht, Nico. Da gehört das Wort. Hab ich gesucht. Oh, da ist es eine Falle. Oh, schwierig. Diese Trust Issues. The Companion. Oh, wie schön ist das. The Companion. Oh, das ist ein schöner Name für... Für... Für ein Schiff. Oder Boot viel eher. Also, ich glaube, wir haben alles Piet. Was zum Schweißen. Okay, wenn das jetzt seine Freunde sind, die verloren gegangen sind, dann kann ich voll verstehen, dass er, ähm, besuchen will. Was ist das? Ein Wetzstein. Ach, um das zu schleifen? Ah. Hab ich. Ah. Voll die Po-Schmieden hier. Ich hab vergessen, wie gut auch die Musik in den Spielen war. Dieses, dieses... Melancholische. Hm. Danke, Worik. Ja, ganz ehrlich, in so einer Lebenssituation wäre ich, glaube ich... Sobald es was Fremdes ist, immer auflöhrt. Ich finde, das sieht gut aus. Na, steht ihm. So mit der Kette, so mit der Frisur und allem. Ja, manchmal ist das Grübeln vielleicht einfach das, was dich am Leben erhält. Oh, Gott. Und du bist mit der Frisur. Und du bist mit der Frisur. Aber hier bist du. Aber hier bist du. Du hast mich noch nicht getrennt. Du hast mich noch nicht getrennt. Ha, 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 ha. Ich bin flattered. Wenn wir uns getrennt, du war... Ich meine, ich sah, was du warst. Ich weiß, was du warst. Ich weiß, was du warst. Du hast es nicht einfach. Ich weiß, dass du es sich selbst hältst. Ich will nicht, dass du es über dich erzählst. Es ist nicht, dass du allein bist, das Problem ist. Das Problem ist, das Problem. Es ist... ... alles andere. Das past hat eine Art von dir zu sammeln. Pures Coping. Wow! Ja, hallo! Digi, was? Die können schwimmen? Ich fand unser Gespräch gerade sehr schön. Ihr stört. Ach so. Ach so. Okay. Krass, dass die in dem Tempo laufen können. Trotz des Widerstandes des Wassers. Oh! Jawohl. Oh! 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 ganz gut ist und wahrscheinlich würde dann sagen, ja, aber es ist doch nicht so gut alleine. Das Ding ist halt, auch das kann ja halt irgendwie so ein Coping-Mechanismus sein, weil ich habe halt keinen Bock, mich dauernd mit Leuten anzufreunden und dann denen dabei zuzugucken, wie die sterben. Aber Peter scheint mir eigentlich wie ein ganz korrekter Kerl. Das sind ja so die Vibes, die ich gerade von ihm bekomme. Ach, guck mal! Das wurde ja erwähnt! Na, wenn wir lang genug laufen, finden wir eine Lösung. Das finde ich doch sehr schön. Ja, das finde ich pragmatisch. Oh mein Gott! Hallo! Hallo! Ich habe noch nie grüne Krabben gesehen. Es gibt grüne Krabben? Streune. Oh ja, die scheinen jetzt nicht gerade sehr interessiert an uns zu sein. Nur durchs Kochen. Was? Sind die nicht immer grün und werden... Krabben geht's... Ich dachte, die sind grau, aber die... Über diese Farbe hätte ich jetzt nicht gedacht. In Skyrim gibt's ja auch hier. Okay, dann schauen wir erst mal. Ich bin jetzt gerade auch überlegen, was für uns sicherer ist. Vielleicht erst einfach mal gucken. So, hat beides so seine Risiken. Und das war das, was wir gehört hatten. Das geschweißte Platte. Was ist denn die... Ach, hier hinter! Ach, hier auch. Das brauchen wir, einen Schneidbrenner, um das gebrochene Ruder... Um die gebrochene Kurbel zu fixen. Aber vor allem warum? Wir können ja folgendes machen. Ich hoffe... Oh, jetzt weiß ich nicht, ob mir das Spiel abstürzt. Das ist ja jetzt gerade das Coole hier. Und zwar... Wir machen einen Paul für eine Minute. Und zwar... Wo wollen wir lang? Leiter oder Fenster? Ihr habt eine Minute, um abzustimmen. Also, Beeilung. Da haben wir jetzt gerade die... Ach, Mist. Jetzt habe ich mein OBS nicht an den richtigen Ort geschoben. So, jetzt aber. Und dann können wir eine ganz fixe Abstimmung machen. Und dann... Könnt ihr sagen, wo wir lang sollen. Das ist dann vielleicht ganz cool bei diesen Entscheidungsspielen. Dass ihr dann gerade mitmachen könnt. Also, irgendwo oben im Chat müsste gerade... ...die Abstimmung sein. Und dann weg, sieht uns YouTube-Kommentare. So, noch ein paar Sekunden. Ach, guck mal, die Antenne ist ja noch. Ansehen. Warum ist das jetzt auf Englisch? Leiter. Boah, das war aber sehr knapp. 60 Prozent. 6 zu 4 war das nur. All righty. Dann werden wir mal die Leiter hochklettern. All right. Let's hope this thing holds. Wenn du vorgehst, kann dich Peter wenigstens auffangen. Geh. Wollt ihr nicht mit ein bisschen Abstand zueinander? So weniger Gewicht und so. Oh boy. Oh boy. Können die klettern? Sind die so krass? Oh no. Schnell. Schnell. Hoch, 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 hoch. Pete. Ja, Ignorie. Spring hoch. Spring hoch. Mach die Lara. Jawohl. Okay, was hätten wir dann gemacht, wären wir durchs Fenster gegangen? Vielleicht hätten wir was gefunden, um dann die Fenster zu versperren. Check Passage Attack. Ist das echt nur eine Fähre? Es sieht irgendwie ein bisschen... Ah, wobei. Okay. So, was haben wir denn hier? Ein Floßschrank. Muss das mal angucken. Hallo, Ziegenkäse. Ähm. Okay. Da hat sie ja wirklich viel geguckt. Äh, die Stange dort. Weiß ich nicht, wenn ich Metallstück ansehe. Kann zum Schlagen sinnvoll sein. Man muss halt in so einer Situation auch voll gucken, dass man natürlich auch nicht zu viel Scheiß mitnimmt, weil es einen sonst nur vom Gewicht her belastet. Im Carjack. Äh, lass mich. Immer auf der Suche einer Snacks. Boah. Welche Snacks würdet ihr eigentlich am meisten vermissen in so einer Situation? Ich glaube, ich würde irgendwie besonders süße... Irgendwie so richtig gute... Chips, ja! Chips. Schoki. This place is in a great shape. Ah, mehr nicht? Pommes, mhm. Rause, mhm. Ja, das wäre dann auch sehr rar wahrscheinlich. Alle. Saure Mauer am Krachen, saure Glühwürmchen. Oh. Chips kann man ja selber machen. Wenn du Kartoffeln hast. Und dann brauchst du aber Öl. Und das ist dann wieder, glaube ich, dann sehr rar. Periode und das Süßeste. Hm. Ich glaube, ich würde so richtig gute Schoki und, und, ähm... Und, und, ja, auch Chips vermissen. Ja. Möchtest du, möchte Pete mit uns sprechen? Nee. Kesselchips. Beste. Beste. Ich will meine Hände nicht in unbekannte Sachen stecken. Komm, wir nehmen mal die Stahlstange. Hallo, John. Oh. I don't trust this. Ich würde da niemals freiwillig meine, meine, meine Hand reinstecken. Kann ich meine Taschenlampe benutzen? Hä? Eben war ich doch da. Hm. Nee. Oder mit F. Okay, es geht nicht. Ja. Es ist. Ich nicht. Ja, komm. Augen zu und durch. So schätze ich sie halt auch ein, dass sie so ein ist. Ey, komm, drauf geschissen. Ich mach jetzt einfach. Es. Oh, ich hasse alles. I. Oh. Das sieht aber nicht nach Zombie aus. Vorsicht, da hinten. Ja, nicht so laut. Leise. Iiii. 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 Och, du Scheiße. Da gab's ein Massaker. Uff. Ich seh noch nichts. Ah, oh. Okay. Oh, das sind bestimmt seine Freunde. Wunderschöne. Okay, okay, gut. Oh, okay. Nee. Menschen. Einfach nur Menschen. Schusswunde. Ah, schön. Ganz ehrlich, ich glaube auch, wenn ich an so einem Punkt einer Zombie-Apokalypse wäre, ich hätte mehr Angst vor den Menschen als vor den Zombies. Weil die Zombies kannst du noch irgendwie kalkulieren, aber das nicht. Ich habe John McCloud Teil 1 und 2 gespielt mit Clementine. Die anderen noch nicht. Oh. Oh. Hey. Er hat ja direkt einen Flashback gekriegt. Ja, bin ich auch nicht. Hey, er hat hardcore die PTSD. Ich frage mich, ob man eine PTSD in so einer Situation überhaupt heilen könnte, weil das Wichtigste dafür ist einfach Sicherheit. Ich hoffe, dass sie noch alive sind. Aber sie haben es aus dem Ding. Boah. Ja, Plot, wo ist seine Freunde, haben die beiden hingerichtet. Nach alle Erinnerungen, wie sie im Bilderbuch stehen, ja. Das ist schon ganz, ganz passend dargestellt. Wer sind die denn jetzt? What the fuck? Die sind ja auch alle erschossen worden. Okay. 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 Ja gut, das Ding können wir ja ziemlich easy, glaube ich, ausschalten. Ich sag doch, ich glaube, das Gefährlichste sind immer noch Menschen. Scheiß auf Zombies. Stand back. Das ist aber auch so krass, ey, wenn du in so einer Situation noch so mitfühlend bist. Das muss sich doch dann, also je nachdem, in welcher Frequenz oder sowas, sich das so kaputt machen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ah, ich hätte gerne die ausführlichen Antworten, damit ich mich differenziert entscheiden kann. Mit transgenerationalem Trauma in der PTSD vielleicht in vier bis fünf Generationen halbwegs weg. Überlebt jemand in der Zombie-Apokalypse so lang? Ich glaube, ich glaube, in der The Walking Dead-Serie ging es nur über zwei Generationen. Dass du denn echt fünf Generationen schaffst? Ich glaube, das ist schon Glückssache. Ich weiß es nicht. Wie bewegst du dich? Also geradeaus. Ganz langsam. Aber ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? Wenn du lang genug, oder wenn das sich lang genug zieht. Oh, wir Snackies, die heilen alles. Ja, die anderen sind... Ja, immer. Oh, Munizio... Oh! Oh, Pflaster mit... Oh, guck mal! Mit, 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 mit... Sternenschnupp und Herzchen! Das ist gut. Und dann behalten als Trade, als Handelsware. Das kommt mir total sass vor. Ja, das stimmt, Petroschki! Oh, Mann! Ja, egal. Du, zuerst das Essen, nicht das... Ja... Ja, da, guck mal, wie süß das aussieht! Ja! Nehmen wir alles mit. Ich glaube, alles, was wir in Heilung irgendwie haben, das ist das Zeug... Bonbons? Die noch... Alles mal mitnehmen hier. Und dann hier... Dann ist da wahrscheinlich eher nichts. Aber wir gucken mal rein. Das war zu erwarten. So, aber die Dingestens wollte sie jetzt nicht mitnehmen hier. In Sporttasche geben. Ja. Ja, je mehr, desto besser. Vielleicht hat noch andere Sachen gesehen. Zum Beispiel das hier unten. Verkaufsautomat. Boah, ich will da nicht gegentreten, weil das Krach macht. Um ehrlich zu sein. Das mache ich sonst lieber ganz zum Ende. Was haben wir denn hier? Ein Fruchtgetränk. Was ist das denn? Ach, so Instant-Zeug. Das hält eh, wie so viel Zucker wieder drin ist. Ja, okay. Okay, du hast Zeit, äh, recht, Lunde raus. Vielleicht hätte ich sprechen sollen. Oh, shit. Back up! Back up! Greg! What's going on? Easy. Who the hell are you people? Who are you? Look, kid, just... Tell me! I'm Michonne. And that's Pete. We're just passing through. Yeah, sure you are. That bag belongs to us. So step aside, alright? Don't be stupid. I don't want to do this. But we need that stuff. So just back up. Take it. It's yours. Ja, was sollen wir da jetzt hier... Was sollen wir da jetzt für einen Aufriss machen? Das bringt halt nichts. Weil uns geht's halt noch so gut. Wir haben noch Sachen auf dem Schiff und alles. Ich würde da jetzt keinen Aufriss machen. Yo! Ihr schönen Slow-Mo geht ab! Sehr nice. What? War ich zu... Was? Pfirsich und Pflaster. Ja. Ich war zu langsam oder ich hab's falsch gemacht? Auf ein neues. Oder muss ich die gleichzeitig drücken? Vielleicht war's das. Nee. Dann jetzt ganz schnell. Ja, ich war zu langsam. Okay. Krass. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Gar keinen Bock. Oh, das wird so viele Sterbis geben hier. Meine Güte. Yo! Ordentlich Bonken hier. Schön, dass wir das Hirn kaputt machen. Dann ist alles gut. Gut. Oh, sie lasst sie los. Komm. Ist egal, komm. Was ist das jetzt schon wieder für ein Plot-Twist? Wer seid ihr? Shit. Oh. Oh, I see. Yeah. You gotta be kidding me. And you've got help this time. Interesting. Thought you were a solo act. What the hell is going on? Don't play dumb. This is a misunderstanding. Oh, der hat jetzt wahrscheinlich das Potenzial gesehen. We'll take them to Norman. Shit. Ah. Okay. Die haben die hingerichtet. Nein. Ich würde jetzt vermuten, die haben die hingerichtet, weil Kabelband. Aber auf der anderen Seite, ey, Kabelband sieht auf der ganzen Welt gleich aus. Aber ich vermute mal, dass wir auf diese Fährte jetzt gelockt werden sollen. Ja, ich wollte jetzt trotzdem irgendwie keinen weiteren Aufrüst machen. Let's see. Two canteens, a lighter pocket knife. Oh, machete. Any bites, rashes, coffin? No, they're clean. You know we're gonna need those weapons back. Hm. You'll get them back. Once we've cleared all this up. Bullshit. Watch it, girl. You're in deep enough already. You know, if I had my way, I'd just dump you over the side. See how well you swim with your hands tied behind your back. Guy might talk to me. Maybe I can get him to listen to reason. He doesn't seem like the most reason. Be careful, all right? Hey, cut the chatter. You speak when spoken to, understand? All right. You. Let's start with you. What's your name? Be-me-me. It's okay. You can tell me. My name's Michonne. Randall. Now that the, uh, pleasantries are behind us, let's talk about what you did. We didn't take anything from you. Shut your mouth. I'm talking to your... cohort. I bet we're not the only ones you've stolen from. I didn't steal shit from you. Then you've got nothing to worry about. Let's see here. Nice machete. You handled those walkers back there, but... What, maybe? ... ... Erstmal triggern. Du? Ha, 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 ha. Baaah. Oh, Mann. Ich hätte das nicht in ein Millionen Jahren gewusst. Also, du? Du hast nichts mehr zu tun. Es ist so, dass du alle stoisch und schade bist. Aber, Herr, wir alle verlieren Menschen. Siehst du? Wir sind sehr wie du und ich. Kein Schmerz an das. Einfach die Fresse halten. Einfach die Fresse halten. Ach, krass. Eine Bootskolonie. Interessant, ja? Warum eigentlich nicht? Ich war doch noch nie bei euch. Wir haben eine kleine Gemeinschaft. Ich hoffe, du hast ihnen nie gegebenenfalls. Die Leute, die du dich verletzt hast? Wir haben nicht hier noch nie. Schau mal für Normann. Meine Freundin. Sie ist diein in die Arbeit. Sie wird nur ein Freude sehen. Ich weiß nicht, dass ich dich sehen kann. Ich weiß nicht, dass ich dich sehen kann. Die haben sich ja echt gut aufgestellt, krass. Ich hoffe, dass ich dich nicht wiedersehen kann, Samantha. Norma, ich... Nicht ein Wort, nicht von dir. Ich habe sie auf dem Ferry, mit diesem. Die da da... Michonne? Sie ist diejenige, die zu warten. Ja! Du bist gefährlich. Du glaubst mir nicht? Ich habe niemals falsch über etwas wie das. Ich habe nichts gegen dich, Leute. Gut. Das wird das einfach einfach machen. Randall, eskorte diese Frauen in die Storung. Find etwas für die anderen zwei. Okay. Okay. Mich würde jetzt interessieren, warum die beiden eigentlich abgehauen sind. Ob irgendwas komisch läuft in der Kolonie oder ob die beiden einfach nur scheiße sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt gerade habe ich so gar keine Meinung zu den Leuten. So gar keine. Weil es kann ja sein, dass die echt einen guten Grund haben, warum die Geschwister abgehauen sind. Die sind bestimmt Kannibalen, einfach mal ins Blaue raten. Das wäre aber so der logische Plot-Twist. Ich hätte gerne einen, der vielleicht nicht so vorausschauend ist oder so offensichtlich ist. Oder vielleicht, dass sie einfach zu Kackbratzen waren. Mhm. Mh. Mh. Ja, ich halte jetzt extra den Ball flach. Also der Typ, der schmeckt mir nicht. Aber ich will jetzt hier keinen Aufriss machen. Erzähl mir doch mal, was passiert ist. Sonnen? Erklär mir das doch mal. Okay, wo... Ja. Ja. Ja, okay, gut, er gibt ja Sinn. Oh, Teddybär. Oh Gott, nein, sie sieht die Sachen, nur das sind die Spielsachen ihrer Kinder. Oh, oh, puh, warum sieht sie die jetzt auf einmal? Oh, voll die Flashbacks wieder, oh, ist das böse, ist das böse. Ich sag lieber nichts. Ja. Die muss nicht wissen, was mit mir los ist. Oh, böse, ey. Och, man. Mhm. Wir trainen mit ihnen manchmal. Ah. Randall killed them all. Everyone. Even the kids. Came with his whole crew. And he just... murdered them. They were trying to run away. Why would you ever go back to the ferry? The radio. It was our only chance to reach outside help. That worked out well, didn't it? Obviously, we were wrong. Then they took what was left. That's why this stuff is here. That's what they do. They think they own everything on the water. Whatever they find, they take. And if you put up a fight... Well, you know what happens. They just... I saw what Randall did. Now do you get it? If there's anyone out there that you care about, don't tell these people a thing. Someone's coming back. Ich find das aber auch schon wieder so schwierig, weil... Die denken sich dann vielleicht, okay, wir müssen das für unsere Gruppe tun. Ui. Weil ich kann mir vorstellen, dass das, was sie jetzt getan haben, auf den ersten Blick negativ wirkt. Gut, die Kinder hätte man halt wirklich nicht umbringen müssen. Eigentlich hätte man niemanden umbringen müssen, aber... Ich brauche mehr... Ich brauche mehr Background-Infos. Finde ich schwierig. Und woher weiß ich, dass sie nicht lügt? Hm. Oh, ich habe nichts gedrückt! Ich habe nichts gedrückt! Ich dachte so, oh, nee, dem will ich jetzt doch keine verpassen. Und dann ist das einfach passiert. Ich habe keinen Q gedrückt. Ja, gut, ich bin mal gespannt, ob ich die zum Reden kriege. Und mal so ein bisschen... Infos mal von denen kriege. Mal gucken, wie die dazu stehen. So, Michonne. Oh, siehst du. James, da gut. An Norma erinnere ich mich aber auch. Oh, das wäre krass, Krom-Gur. Ja, deshalb erzähl doch mal. Ich bin ganz ohr. Ich bin ganz ohr. Ich bin ganz ohr. Ui, danke schön. So ein bisschen so, sich gegenseitig die Hände reichen. Soll ich mal machen. Noch gar nicht! Ich bin ganz ohr. Ich bin ganz ohr. Wir sind nicht zusammen. Ich weiß nicht diese Kinder. So sagst du. Und was hat dich zu diesem Ferry gebracht? Sieht sehr strange, dass du einfach auf den Ferry schlägst. Out da, in der Mitte der Wasser. Es ist nur ein bisschen schwierig, um mich herumzuhren. Wir sind alle da zusammen. Pete und ich haben ein Signal auf der Shortwave genommen. Es kam von der Ferry. Hey, Zachary. Dominanz aufhören. Der kann ich auch verstehen, Blue. Ist nobody else. Hm. Das ist interessant. Ich weiß, wie diese ganze Sache muss dich ansehen. Ich verstehe. Aber es gibt mehr davon, als du das glaubst. Ja. Whether you're with him or not, there's something you should know about Samantha. That girl is a natural-born liar. She's good. I'll bet she laid it on thick for you. Said it was all her fault. She's sorry, and won't you please help her escape big, bad Norma? Am I getting warm? Wouldn't be the first time she fed that line to somebody. You almost believed her, didn't you? Yeah, she said something like that. See? I knew she would. She's lied to us before, stolen from us before. You can see why I might be just a tad frustrated. I mean, I let her go. No consequences. And now she's stealing from me again. I don't see how this is my problem. You're sitting in this chair in front of me because she made it your fault. Oh, yeah. Alter. I'm just going to leave here. There's a fine line between being generous and being taken advantage of. Everyone deserves a second chance. I believe that. But never a third. Most people will take advantage if you let them. What about those people on the ferry? Children, whole families, executed. How many chances did they get? No, we didn't do that. Scavengers killed those children. Their families, everyone. Then they took over. So Randall went down there. Gave those murderers justice. Made sure they'd never kill again. That's what we do here. Protect people. I bring folks in. See that they're fed, clothed, looked after. What about what you take from them? The salvage? We need the same things anybody does. We pool our resources. We survive. I'm not telling you anything you don't know. No more beating around the bush. Where's the rest of it? What? You say you weren't with those kids, but Randall caught you with them. Yeah. But there's still much more missing. So where is the rest of it? Bullets and ammunition, handguns and a couple of rifles. That's all there was. Hell, it didn't just disappear, did it? Ja, jemand anderes hat's halt genommen. Bring in the kid. What do you do it? Here's how this is gonna work. I know he's not gonna talk to me. His sisters probably fill his head with all kinds of stories. So you'll be asking the questions. Like, go on me! I guess being a pain in the ass runs in the family. Greg, is it? We're just gonna do a little fact-checking, Greg. See if your story squares up. Oh, yeah. There's no way I'm talking to you after what your brother's... Shit, Randall! Fuck you! You want another one? Randall, come on now. Michonne, mind asking Greg what I asked you? Go on now. Ask him. That one you get free. How long have you two been running around together? A, uh... Long time. What? 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 Someone's full of shit. He's just scared. Limby. The kid's a liar. Ah! Okay. Let's try again. Michonne? The one about your people. You remember, don't you? Ask him yourself. You're starting to piss me off. Ah! Ah! That one hurt a little. Are there more of you? There are. There's more of us. Lots more. Ah! 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 Younger! Aber vor allem, ist das nicht gerade clever? Oh Gott! Please, I'll tell you whatever you want! Put down the fucking gun! Yeah? You look real threatening over there, tie to that chair. Oh! Randall, I think you made your point. Ah! Get a towel, Zachary. Leave him alone, okay? It's just a kid. Get a pity party when we're done. Get the fucking towel. Vor allem ist es voll Quatsch. Vor allem ist es halt, ich sage jetzt gerade gar nichts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weil das Ding ist, es ist ja voll Quatsch, die beiden zu befragen. Das wäre doch viel sinnvoller Michonne und Pete zu befragen. Zum Beispiel. Oder alle einzeln, aber die so gegeneinander überzustellen, ist totaler Bunschil. Bullshit. Vielleicht ist er, vielleicht ist er das Problem. Irgendwie sagt man mein Gefühl, dass er das Problem ist. Ich hab nicht gelogen! Was Frisal. Ich bliefeện... Fuck you. Fuck you. Das sollte jetzt gerade dein kleines Problem sein. Ja. Ja. In so einer Welt, ja. 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 Mit der Faust. Ja. Ja. Ja, Michonne. Ach so, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich gesagt, ja, sag einfach die Wahrheit. Dann ist es immer voll schlecht abzuschätzen. Und er hat das voll gemütlich. Ja. 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 Oh Gott, das eskaliert doch. Yo! Wenn du nicht inzwischen bist, macht er den fertig, weil er das gemacht hat, Digga! Den hat er doch selbst gefühlt. Boah! Oh Gott! Oh Gott! Oh, bitte! Ja, es ist nicht so, Greg. Komm schon, nicht so. Nehmen Sie das. Denken Sie an Alex. Du bist seine Herobacht. Was er ohne dich? Nicht so, ich bin ein Herobachter. Nein, du bist. Du bist, Greg. Schau. Oh, mein Gott! Er ist weg. Er wird nachrufen, Sam. Er wird... Er wird einer von ihnen sein. Ich bin so sorry, Sam. Oh, Gott. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss nur noch einen Sekunden. Bitte. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr, Craig. Craig. Ich kann nicht mehr, Craig. Ich muss noch mehr Zeit umgehen. Ich muss noch mehr Zeit umgehen. Ich muss noch mehr Zeit umgehen. Craig, bitte! Craig. Craig! Oh. Ich wusste gar nicht, dass die wirklich alle sich verwandeln. Egal, wie sie sterben. Boah. Dachte ich auch, Petruschki. Wie, dass man nur Zombie wird, wenn man, wenn man gebissen wurde. In der Serie war das so? Ist lange her bei mir, dass ich es gesehen habe. Ich habe nichts in Erinnerung. Was ist das? Was ist das? Weil es nichts bringt. Es bringt... Komm, lass gut sein. Es reicht, wenn einer gestorben ist. Es reicht. Ich verstehe sie zwar total, dass sie Rache will, aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich glaube, das war das Folgenfinale. Wie kann das sein? Erste Schäde hat das Virus im Hirn. Okay. Krass. Okay, das nächste Mal bei The Walking Dead Michonne. Wir haben alle Dämonen, honey. Und ich sehe etwas verdammt. Ich sehe etwas verdammt. Ich sehe etwas verdammt. Deine Ecke. Du bist ein Körger. Das ist, was du machst. Du wirst nicht wissen, was ich tun kann. Deine Entscheidungen. Wir haben die Waffe runter. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. Wie bist du auf die verlassene Fähre? Willkommen. Hast du Randall im Lagerhaus aufgelauert? Verpasst mir Randall einen Kopfstoß? Oh, nee. Hast du Greg geantwortet, dass wir teilten die Schuld mit Greg? Hast du Sam Zachary erschießen? Okay. Alrighty. Erstes Kapitel haben wir, Leute. Ja, war cool, mal wieder sowas zu spielen. Muss ich tatsächlich sagen. Oh, den Track kenne ich auch. Oh, ist das schön. Belastend. Aber hier, Petruschki. Uff. Ne, ich spiele nächsten Dienstag weiter. Das ist ja jetzt schon sehr spät. Ich glaube, die meisten von uns müssen wahrscheinlich morgen wieder arbeiten. Genau. Wie heißt denn dieser Track, weiß das einer von euch? Vielleicht steht es ja gleich hier. Also mir gefällt das hier irgendwie so gar nicht, was da gerade los ist. Und ich bin immer noch sehr unentschlossen, wem ich da jetzt irgendwie glauben soll. Ich vermute vor allem halt der Troublemaker ist Randall. Und vielleicht ist mit den meisten alles fein und er ist einfach nur am Eskalieren und so, sorgt halt letzten Endes dann für die Probleme. Aber wer weiß, wir werden im nächsten Kapitel mehr erfahren. Manchmal kann man auch gar nicht erinnern. Nee, überhaupt nicht. Eine Dekade hat es gebraucht, um das jetzt zu sehen. Ja, Wolf ist das jetzt gerade von, äh, von der First Aid Kit. Wolf von Earth, First Aid Kit. First. Ja, ist auf Spotify. Direkt mal abspeichern. Ah, das habe ich so verdrängt, wie gut einfach der OST von den Spielen war. Mega nostalgisch, einfach The Walking Dead wieder bei dir zu sehen. Ja, das ist gerade für mich auch sehr nostalgisch gerade. Wir haben eine komische Reaktion und er zeigt, ja, voll. Aber ich meine, das war auch immer so, dass das, wie soll ich sagen, nicht so zu 100% absehbar war. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen angedacht. Das, naja, das manchmal auch so ein bisschen ungewollt eskaliert. Ich will eins bis hier konfirmen. Dann müsste ich es nochmal spielen, ne? Also ich würde nach dem hier tatsächlich erst mal, äh, A Plague Tale spielen. Müsste da rein, rein denken, ja. Dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, tatsächlich nochmal die ganzen Walking Dead-Spiele zu spielen. Einfach nochmal von vorne. Vielleicht nochmal andere Entscheidungen treffen mit Michelle. Nicht nochmal Projekte-Kinder, wir haben eh eine Streamler bis 20, 30, ja. Uns wird nicht langweilig werden. Mit Michelle? Wie, wie meinst du mit Michelle? Mit, mit Clementine. Oder habe ich gerade Michelle gesagt? Mit Clementine, Teile 1 bis 4. Staffel 1 bis 4. Wo, von 2016 war das? Ist das jetzt? Echt? 2016? Nee. Ey, das Spiel kam früher raus. Da habe ich noch in dem, äh, da habe ich noch in dem Kaff gewohnt. Das muss 2013, 2014 sein. Gut. Aber gewähre kein Obdach. Gewähre kein Obdach. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.